Sorry, wenn wir nicht hören, sondern come on oder let's go for it oder einfach nur wow. Aber wer weiss, vielleicht kommt ja ausgerechnet aus Basel ein Wagenladung Talente nach Zürich. Jetzt müsst ihr in die Hose, Jungs. Ich bin Simon Walti, komme aus Basel bei 24 und wir sind Special Elements. Wieso dieser Name? Weil wir alle unterschiedliche Leute sind, alle von einer anderen Kultur und haben mir irgendetwas gesucht, das halt einfach ein bisschen speziell ist und dann irgendwie ist es halt auf Special Elements gekommen. Bei Special Elements ist jeder in seinem Element. Ich bin so ein bisschen der Organisator von Special Elements, der hinten durch alles auch ein bisschen regelt. Ich bin der Axel, mache hauptsächlich immer die Sachen, die einem gespickt wird oder in die Luft geschmissen wird. Das hat sich auch ein bisschen die Arschkader der Gruppe gegeben. Ja! Ja! Ich muss alle Mixes machen. Ich bin bereit, wir hauen rein, wir tätschen die Leute von der Bühne, machen alles kaputt und geben einfach Gas. Hallo miteinander! Hallo! Wir sind Special Elements, kommen aus Basel und sind eine Tanzgruppe. Ja! 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 Und wie geht es euch schon lange in dieser Zusammensetzung? Ähm, es geht, uns gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren in dieser Formation. So. Okay, und äh, was sehen wir jetzt denn gerade? Ähm, wir sehen eine 3-minütige Power-Hip-Hop-Tanzshow. Ja. Da freuen wir uns drauf. Unigö, dich. Let's go, boys! Special Elements. 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 Die Musikzusammenstellung, schnell, auf einen Punkt, abwechslungsreich, Akrobatik, Sex, Witz, alles dabei, bravo! Du hast fast schon alles gesagt, für mich auch gute Musikwechsel, schöne Choreografie, super Styling, alle Synchronen, tolle Performance. Darf ich noch schnell diese sexy Bewegung sehen? Von hinten! Alle? Ja, alle? Drei, zwei, oh! Toll! Schön! Ja, für mich ist klar, sexy! Ja gut, dann kann ich mir das eigentlich sparen. Ich denke, entscheidend ist für die Familienshow da, das ist perfekt für alle, sehr unterhaltend. Für mich ist das letzte Detail durchgetimt und so, also gerne wieder! Merci vielmals! Merci, 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 merci! Meine Herren, das finale Voting, Roman! Ja! Ja! Christa! Ja! Ja! Drei Mal Ja! Happy Day am Chapellein! Sehr unterhalten! Ist das schwierig? Mach das! Dreh! Ja, hoi! Lass das eigentlich schon, wenn es drauf ankommt! Lass das gewoon jete sagen!